Dann nochmal ganz herzlich willkommen von mir zu dem ersten oder zum zweiten Seminartipp des Monats. Das wird es jeden Monat, wird es eins dazu geben. Heute zum Thema QR-Codes für den Unterricht erstellen. Und dann legen wir doch mal direkt los. Jetzt muss ich schauen. Jetzt, also worum geht es heute? Ich möchte ganz, ganz kurz, wirklich nur sehr kurz, das ist eine Folie, darauf eingehen, was ein QR-Code überhaupt ist. Dann zeige ich Ihnen drei Möglichkeiten, einen QR-Code zu erstellen. Es gibt natürlich wesentlich mehr, aber das sind jetzt einfach die drei, die ich mal rausgefiltert habe, die bestimmten Kriterien einfach entsprechen. Und dann möchte ich Ihnen natürlich auch Unterrichtsbeispiele zeigen, wo ich QR-Codes einsetzen kann, wie ich das Ganze verwenden kann und welche technischen Möglichkeiten mir das einfach bietet, wie ich mit einer anderen Methodik auch im Unterricht arbeiten kann. Und anstelle eines Abschlusses habe ich das jetzt mal, warum QR-Codes überhaupt einsetzen, genannt. Und dann würde ich sagen, legen wir auch schon mal los. Ich denke, einen QR-Code haben die meisten von uns schon mal gesehen. Denen begegnet man inzwischen auch überall im Alltag. An der Bushaltestelle sieht man gerne auf Werbetafeln auch schon QR-Codes bei Gewinnspielen und so weiter und so fort. Wie ein QR-Code funktioniert, können sich die meisten auch vorstellen, was QR-Code selber bedeutet. Quick-Response-Code, also schnelle Reaktion und so soll das Ganze auch funktionieren. Dann ganz kurz zum Aufbau. Diese drei Quadrate, die in jedem QR-Code in der einen oder anderen Form vorhanden sind, die geben einfach nur fürs Handy oder fürs generelle Lesegerät einfach an, wie ist die Position von dem Ganzen, wo beginnt der QR-Code. Und dann gibt es noch in diesem kleinen gelben Kreis eine Information fürs Lesegerät, wie der QR-Code ausgerichtet ist. Einfach, dass es korrekt gelesen wird. So, ein QR-Code ist mindestens 21 auf 21 Pixel oder Bildpunkte groß. Das heißt, beziehungsweise maximal 177 mal 177. Und ganz grundsätzlich kann man sagen, dass je kleiner oder je weniger Informationen ein QR-Code enthält, desto leichter ist er lesbar. Also je kleiner in Form von Bildpunkten, also in Form von diesen schwarzen Punkten, so ein QR-Code ist, desto besser ist er lesbar. Desto kleiner kann er auch sein. Und ganz wichtig, das wissen tatsächlich die wenigsten, nicht die schwarzen Punkte sind bei so einem QR-Code wichtig, sondern die weißen Punkte. Das kommt bei QR-Code Beispiel Nummer 3, kommt das ganz besonders zum Tragen. Und wie ich gerade gesagt habe, grundsätzlich je weniger Informationen im QR-Code enthalten sind, desto besser ist er lesbar. Hier geht es jetzt gerade um Geräte, die jetzt nicht unbedingt die aktuellsten sind, sondern Smartphone-Tablets, die 5, 6, 7, 8, 9 Jahre alt sind. Die haben gerne mal keine so besondere Kamera und da muss man dann auch beim QR-Code eben darauf achten. Das sollte man auch wissen für den Unterricht. Ganz besonders wichtig ist auch hier die Beleuchtungssituation im Klassenzimmer. Und wenn man jetzt, sage ich mal, eine schlechte Beleuchtungssituation im Klassenzimmer hat oder wo auch immer der QR-Code gelesen werden soll und man hat ein altes Gerät, sollte man eben darauf achten, dass dieser QR-Code so wenig Informationen wie möglich enthält. Wunderbar. Die drei Möglichkeiten. Ich liste sie schon mal direkt auf. Die erste Möglichkeit ist t1p.de, schrägstrich kurzelinks.de oder oggy.de. Das sind alles drei. Das ist der gleiche Anbieter. Ich zeige auch den gleich. Dann einer von den bekanntesten Anbietern, was QR-Code-Erstellung angeht, ist QR-Code-Monkey. Und ein nicht ganz so bekanntes Beispiel ist maldencode.de. So, kurzelinks.de. Das möchte ich gerade auch mal zeigen. So sieht die Seite aus. Ich öffne auch gerade mal die Webseite und die gebe ich jetzt auch mal frei. Einen Moment. Jetzt sollten Sie auch mal den Browser sehen. Das Ganze schaut so aus. Ich hole mir nur ganz kurz einen Link, den ich da reinpacken kann. So. Also. Vom Prinzip her funktioniert es ganz einfach. Im Normalfall, also in einen QR-Code, kann ich relativ viele Sachen reinstecken. Ich möchte heute aber hauptsächlich darauf eingehen, dass ich Webseiten, Webseitenadressen in QR-Code-Form pressen möchte. Man kann natürlich vieles anderes auch reinpacken. Jetzt hier bei dem T1P.de oder kurzelinks.de. Da geht es vornehmlich darum, Webseitenadressen in QR-Code-Form zu packen. Beziehungsweise genau genommen habe ich jetzt hier mal die Adresse eingefügt, auf die ich verweisen will. Und hier geht es eigentlich darum, einen Link kürzer zu machen. So. Aber ich habe hier auch verschiedene Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Ich kann zum Beispiel auch noch eine Wunsch-URL eingeben. Also jetzt zum Beispiel qr-code.de. Dann kann ich gucken, gibt es diesen, gibt es nicht, aber dann mache ich eine Wunderbar. Ich kann diesen Link durch ein Passwort schützen. Bedeutet, wenn ich auf diesen Link draufgehe oder auf diesen QR-Code, dann muss ich erstmal ein Passwort eingeben, dass ich auch schlussendlich zu der richtigen Webseite komme. Das führt auch gleich zu einem ganz, ganz tollen Beispiel, wie ich das im Unterricht einsetzen kann. Ich kann das zum Beispiel einsetzen, am Ende von einem Arbeitsblatt ist der QR-Code und erst, wenn ich das Arbeitsblatt vollständig bearbeitet habe und ich habe ein Lösungswort zum Beispiel über das Arbeitsblatt erarbeitet, das ist dann das Passwort, mit dem ich den QR-Code öffnen kann. Und dann komme ich zu einer kleinen Belohnung oder zum nächsten Arbeitsblatt oder zur nächsten Aufgabe. Also hier kommt man dann auch in den Bereich von Webquests zum Beispiel. Das kann man eben ganz super mit QR-Codes machen. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, dass dieser Link nur eine bestimmte Zeit lang aktuell sein soll. Ich kann auch sagen, dass nur zehnmal darauf zugegriffen werden soll. Also das sind so Einstellungsmöglichkeiten, die ich dann individuell für den Unterricht nutzen kann. Eine ganz wichtige Sache ist hier, ich kann einen Deaktivierungslink erzeugen. Das möchte ich jetzt hier auch mal machen. Das bedeutet, wenn ich als Ersteller von dem QR-Code jetzt möchte, dass dieser QR-Code nicht mehr funktioniert, dann klicke ich auf den Link und sobald ich auf diesen Link geklickt habe, ist der QR-Code nicht mehr funktionsfähig. Dann eine Funktion, das nennt sich Referrer, vertuschen. Das ist etwas, da geht es jetzt zum Thema Datenschutz. Das würde ich im Bereich von der Schule immer anklicken. Denn so vermeide ich, dass die Webseite, auf die ich komme, nachverfolgen kann, von welcher Webseite ich eigentlich komme. Das ist alles. Und zu guter Letzt, zu guter Letzt kann ich jetzt hier einen QR-Code erstellen. Den möchte ich erstellen, den mache ich so groß wie möglich. In dem Fall sind das 500 Pixel groß. Ich kann ihn immer noch kleiner ziehen. So, jetzt habe ich alle Einstellungen getroffen, die ich haben möchte. Und jetzt klicke ich hier oben auf Link kürzen. Dann kommt noch eine kleine Abfrage. 6 plus 10 ergibt 16, zumindest, wenn ich das richtig habe. Und jetzt habe ich einmal den Link erstellt. Aber ich kann auch den QR-Code herunterladen. Das mache ich gerade mal. So, hier habe ich jetzt den QR-Code erstellt. Den sehen Sie jetzt gerade nicht, weil ich das falsche Fenster freigegeben habe. Das ist gar kein Problem. So, so schaut dann der QR-Code aus. War jetzt aber weg. Das ist jetzt nicht ganz so interessant. Und was jetzt aber hier bei dem Anbieter eine ganz, ganz tolle Sache ist. Genau, es kam gerade schon die Frage auf. Alles, was ich Ihnen hier zeige, bekommen Sie nachher auch im Skript nochmal zur Verfügung gestellt. Also alle Internetadressen, alles drum und dran. Alles, was Sie jetzt hier sehen. Also Sie brauchen auch nichts mitschreiben oder so. Genau, also Link-Details speichern. Jetzt lade ich eine Textdatei runter. Auch die muss ich Ihnen kurz freigeben. So, die schaut relativ unspektakulär aus. Aber hier sind einfach nochmal alle Daten drin, die ich für diesen QR-Code brauche. Etwa zum Beispiel auch der Deaktivierungs-Link. Der Link selber. Und falls ich den QR-Code verloren habe, kann ich mir den über diese Internetadresse nochmal herunterladen. So, das wäre Anbieter Nummer 1. Jetzt muss ich kurz ins richtige Fenster springen. So, also das wäre Anbieter Nummer 1. Anbieter Nummer 2, beziehungsweise genau das ist nochmal das, was ich Ihnen gezeigt habe. Vorteile von diesem Anbieter, also von dem kurzer Linkspunkt E-T1PE. Punkt E-T1PE und so weiter und so fort. Das ist ein deutscher Anbieter. Das heißt, das Ganze ist DSGVO-konform. Ich weiß, man kann es schon inzwischen gar nicht mehr hören. Aber nichtsdestotrotz, wichtige Sache. Dann, auch hier wieder ganz wichtig, die QR-Codes bleiben dauerhaft erhalten. Das ist nicht bei jedem Anbieter vorausgesetzt. Es gibt viele QR-Code-Anbieter. Wenn man dort einen QR-Code erstellt, dann hat der nur eine Laufzeit von ein paar Tagen, einem Jahr oder ein paar Wochen. Hier ist es garantiert immer dauerhaft, außer Sie erstellen einen sogenannten Deaktivierungslink. Dann können Sie das selber löschen. Sie haben hier eine wirklich große Funktionsvielfalt, wie Sie den QR-Code dahingehend anpassen können, je nachdem, was Sie im Unterricht erreichen möchten. Zum Beispiel eben das mit dem Passwortschutz oder mit den Zugriffszahlen, wenn Sie hier nur den schnellsten 10 die Möglichkeit bieten wollen. Oder wenn Sie jetzt zur Differenzierung nach oben hin sagen, okay, jemand, der schnell fertig ist mit dem Arbeitsblatt, kann diesen QR-Code nutzen. Das sind von mir aus die ersten 10. Man kennt im Normalfall ja seine Pappenheimer aus dem Klassenzimmer und wer da zu den schnellen und wer zu den langsamen gehört. Also solche Sachen sind toll und das Ganze ist kostenlos. Das ist tatsächlich nicht automatisch gesagt. Es gibt auch noch eine Alternative, die heißt goqr.me. Da gehe ich heute aber nicht genauer drauf ein. Das nächste ist das sogenannte QR-Code Banky. Funktioniert vom Prinzip her genau gleich, wie das eben gezeigte. Jetzt muss ich ganz kurz schauen. Ich habe hier doch auch irgendwo einen Laserpointer. So, genau. Ich gebe hier oben die Internetadresse ein, zu der ich einen QR-Code erstellen möchte. Der Unterschied bei QR-Code Banky, Sie sehen es hier oben. Ich kann auch andere QR-Codes erstellen, wo ich jetzt zum Beispiel nur Text oder ich möchte eine E-Mail einstellen. Hier habe ich bei E-Mail habe ich auch die Möglichkeit zum Beispiel sagen, es soll automatisch eine E-Mail an eine festgelegte Adresse geschickt werden. Wichtig bei dem QR-Code Banky ist es allerdings, dass nur bis hierhin, ist es also Text, E-Mail und Telefon bzw. SMS und V-Card sind tatsächlich kostenlos. Bei vielen anderen Sachen müssen Sie erst ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. So, Sie sehen meinen Präsentationsmodus. Das ist gar nicht so schlimm. Moment, ich sehe jetzt eigentlich, dass Sie nicht meinen Präsentationsmodus, sondern meine Präsentation sehen. Nichtsdestotrotz, Sie sehen ja, Sie sehen ja, was Sie sehen sollen. Wunderbar. So, ein ganz wichtiger Unterschied zwischen dem kurzelinks.de und dem QR-Code Monkey ist, bei dem kurzelinks.de, steigschicht hier 1p.de, werden die Website-Adressen vorher eingekürzt. Und das führt dazu, dass der QR-Code weniger komplex ist und leichter lesbar ist. Das ist ein großer Vorteil, gerade im schulischen Umfeld. So, und jetzt eine ganz, ganz tolle Sache ist, einen Moment, jetzt muss ich hier kurz meinen Laserpointer wieder wegmachen, ist der Anbieter mal den Code.de. Der macht etwas ganz, ganz Tolles. Und zwar erstellt der auch erstmal nur ein QR-Code, aber dieser QR-Code schaut dann so aus. Der ist nicht vollständig. Das heißt, Sie können hier den QR-Code zum Beispiel auf dem Arbeitsplatz selbst als Teil des Arbeitsplatters einsetzen. Und zwar, Sie sehen jetzt hier Zahlen oder Zahlenfelder und die Kinder müssen die ausfüllen. Also wenn Sie bei einer Aufgabe dann eben die Möglichkeit 4 zum Beispiel bekommen, dann müssen die Kinder hier alle Felder mit 4 ausmalen. Und hier kommt wieder das zum Tragen, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. Nicht die schwarzen Felder sind das Wichtige, sondern die weißen Felder sind das Wichtige. Das heißt, man muss hier nicht extrem genau sein beim Ausmalen, denn der QR-Code-Scanner achtet eigentlich nur auf die Felder, die zwischen dem Ausgemalten dann sind. Aber hier haben Sie eben auch die Möglichkeit, einen QR-Code nochmal anders einzusetzen. Ich gehe nachher auch noch mal kurz auf den Link.de, gehe ich kurz drauf, dass Sie sehen, wie das funktioniert. Das ist aber, ganz ehrlich, es ist relativ einfach und selbsterklärend. Das Ganze ist von der Pädagogischen Hochschule in Schwyz, also aus der Schweiz. Also damit kann man auch davon ausgehen, dass es datenschutztechnisch passt so weit. Die Schweizer hocken da noch ein bisschen mehr drauf, als wir in Deutschland beim Datenschutz, deswegen passt es so weit. So, jetzt kommen wir zu den Anwendungsmöglichkeiten. Ein Beispiel ist jetzt bei uns aus dem Mathebuch. Da sehen Sie es unten links, beziehungsweise unten rechts in der Ecke sehen Sie QR-Codes. Ich klicke mal drauf, dass Sie auch sehen, was die tun. Einfach nur als Beispiel. Hier werden die Kinder dann eben auf eine Webseite geleitet, wo Zusatzangebote sind. Zum Beispiel Erklärfilme oder interaktive Aufgaben und so weiter und so fort. Also nochmal ganz, ganz viel. Jetzt arbeitet natürlich nicht jeder von Ihnen oder jede von Ihnen mit dem Mathebuch. Aber im weitesten Sinne können Sie das auch selbst erstellen. Und zwar, ich habe jetzt hier mal ein paar Erklärfilme gesammelt. Für jeden Erklärfilm gibt es einen QR-Code. Die sehen jetzt alle gleich aus. Die Links, die dahinter sind, ich war einfach nur ein bisschen faul. Ich habe immer den gleichen QR-Code genommen. Sie machen das natürlich anders. Aber ich habe jetzt hier vier Erklärfilme und die habe ich zum Beispiel auf einem Arbeitsblatt hinterlegt oder irgendwie im Klassenzimmer aufgehängt. Und die Kinder gehen jetzt dann mit dem Smartphone oder mit dem Tablet dann eben an den QR-Code hin, wenn sie Unterstützung brauchen. Klicken drauf und werden dann direkt zu dem Erklärfilm weitergeleitet. So, wie habe ich das gemacht? Den QR-Code zu erstellen, das ist eine relativ simple Sache. Ich habe jetzt hier aber auch eine Funktion genutzt. Und zwar, ich bin jetzt hier in meiner persönlichen Cloud drin. Ich habe einen Ordner erstellt, in dem Erklärfilm 1 drin ist. Und jetzt ganz wichtig, ich habe hier den Ordner Erklärfilm 1 habe ich freigegeben. Und habe diesen Link hier oben genommen. Ich habe nicht den Film selbst freigegeben, sondern den Ordner, in dem der Film drin ist. Also, ich kann es auch ganz kurz mal zeigen. Erklärfilm 1, hier ist der Film drin. Und ich habe eben den Ordner freigegeben. Das hat jetzt den Vorteil, ich kann in den Ordner reinpacken, was ich möchte. Ich kann den QR-Code immer gleich bestehen lassen. Ich muss nicht jedes Mal einen neuen QR-Code erstellen, sondern nur einmal für diesen Ordner. Und dann kann ich in diesen Ordner, jetzt in den Ordner Erklärfilm 1, kann ich natürlich den Erklärfilm 1 reinstellen, für die Stunde morgen zum Beispiel. Ich habe beispielsweise immer vier Erklärfilme, verwende ich einfach bei mir im Unterricht. Oder ich habe immer vier Erklärfilme, die im Unterricht verwendet werden. Entsprechend erstelle ich vier Ordner und verlinke jeden Ordner. Und so habe ich eben die Möglichkeit, ich erstelle, so kann ich den Kindern auch sehr schnell Erklärfilme zur Verfügung stellen. Das ist nämlich eben auch das Tolle mit den QR-Codes. Ich vermeide so, dass die Kinder eine Internetadresse falsch eingeben, was zu sehr viel Frustration führt. Oder eine andere Möglichkeit, wie ich QR-Codes auch super einsetzen kann, wo es mir wirklich auch Arbeit abnimmt, ist zum Beispiel die bekannte Lerntheke. Die ganz klassische Lerntheke schaut im Normalfall so aus. Irgendwo im Klassenzimmer habe ich vier Schuber aufgestellt und da kommen dann immer die Arbeitsblätter für die Lerntheke rein. Das heißt für mich viel Kopierarbeit. Ich muss das jedes Mal vorbereiten. Eine Möglichkeit oder eine Variante, wie ich das machen kann, ist, anstatt von vier Schubern, habe ich einfach nur vier QR-Codes aufgestellt. Und auch diese vier QR-Codes führen immer zu einem Ordner in meinem Cloud-Laufwerk. Das kann jetzt, in meinem Fall ist es P-Cloud, das kann aber auch Ihre Schul-Cloud sein. Ich weiß gerade nicht, welche es alles gibt. Logineo zum Beispiel, glaube ich in NRW, MEBIS in Bayern, die Cloud vom Hasso-Plattner-Institut, Sachsen Cloud und keine Ahnung, was es noch alles gibt. Die bieten alle die Möglichkeit, dass ich Ordner teile und einen Link zu einem Ordner erstelle. Sobald ich einen Link zu einem Ordner erstelle, kann ich daraus auch einen QR-Code generieren. Okay, also das ist eine sehr einfache Variante von der Lerntheke. Das kann ich natürlich auch noch ein bisschen moderner oder ein bisschen geschickter machen. Und zwar, ich verteile die QR-Codes im Klassenzimmer, sodass die Kinder sich dann auch unterschiedlich bewegen müssen. Und ich packe zum Beispiel dann eben auch QR-Codes ins Klassenzimmer, wo die Kinder Hilfestellung bekommen. Das Tolle jetzt hierbei ist, ich muss diese QR-Codes bloß einmal erstellen, denn diese QR-Codes verlinken die Schüler in einen bestimmten Ordner, nicht zu einem bestimmten Arbeitsblatt. Und in diesen Ordner kann ich jedes Mal individuell reinpacken, was ich reinpacken möchte, was ich für die nächste Unterrichtsstunde brauche. Das heißt, ich erspare mir dadurch ganz, ganz viel Klein-Klein-Aufwand und kann mich da mehr auf den Unterricht selber auch fokussieren, beziehungsweise auf die Unterrichtsvorbereitung. Also das ist eine ganz schöne Möglichkeit, wie ich ganz schnell das Ganze einsetzen kann, wie es mir das Leben auch leichter macht. Oder wenn ich jetzt hier zum Beispiel so eine Hilfeseite erstellen möchte, ich habe das jetzt beispielsweise mit einem sogenannten Wakelet, heißt das. Das ist eine Alternative zu Padlet oder zu Taskcards. Das ist übrigens jetzt auch die Infoseite, die Sie nachher bekommen zu diesem Seminar. Also hier habe ich dann auch noch mal alles mit drin, mit den Links und zu den drei Anbietern. Hier ist das Skript noch hinterlegt und Unterrichtsbeispiele. Und genau so könnte auch eine Hilfeseite für die Schüler aussehen. Wenn Sie bei Arbeitsblatt XY auf Buchseite sowieso nicht weiterkommen, dann gehen Sie zu dem QR-Code hin, scannen den ab, werden auf eine Hilfeseite geleitet und können sich dann erst mal, sag ich mal so, die erste Hilfe holen. Wenn dann immer noch Fragen sind, dann können Sie natürlich nach Ihnen rufen. Aber auch hier ist wieder der Punkt ganz, ganz wichtig, ich nehme mir etwas Arbeit ab. Das ist das Schöne bei den Erklärfilmen oder bei den Hilfeseiten. Ich muss nicht das Gleiche immer wieder erklären, sondern die Kinder, denen so eine Leshilfe reicht, die werden damit ganz wunderbar bedient. Und ich kann mich viel besser um die einzelnen Kinder kümmern, die vielleicht darüber hinaus noch Verständnisschwierigkeiten haben. Also auch hier wieder, es hilft mir einfach ungemein im Unterricht, diesem ganzen Organisationschaos da auch ein bisschen Herr zu werden und mich viel besser um meine Schüler zu kümmern. So, jetzt hat sich hier gar nichts verändert, aber eine tolle Funktion hat jetzt eigentlich gar nicht so direkt was mit QR-Codes zu tun, sondern eigentlich mit Cloud-Lösungen. Und zwar, ich kann über so ein QR-Code, schrägstrich über die Cloud, kann ich natürlich auch die Hausaufgabenorganisation ein wenig variieren. Also das erste Unterrichtsbeispiel, was mir eingefallen ist, ist jetzt, wenn wir in den Herbst gehen, an Kunstdenken, da kenne ich zum Beispiel noch aus meiner eigenen Schulzeit auch das, man muss Blätter sammeln im Herbst. Und jetzt könnte man das dahingehend variieren, so geht doch mal raus, die Natur mit eurem Smartphone oder mit dem Tablet, was ihr eben zur Verfügung habt, und sammelt die Blätter nicht nur, sondern fotografiert sie und ladet sie direkt bei mir in den Hausaufgabenordner rein. Also auch hier gehe ich auf den QR-Code, den die Kinder in ihrem Hausaufgabenheft haben. Ich komme jetzt auf eine Seite, wenn es denn lädt, wo die Kinder jetzt direkt die Möglichkeit haben, ihre Bilder hochzuladen. Ich kann das Ganze jetzt hier in dem Fall auch noch mit einem Namen versehen, also mit Simon zum Beispiel. Und jetzt kann ich die Datei eben hochladen, die ich, die Bilder hochladen, die ich von den Blättern gemacht habe. Dann habe ich als Lehrkraft diese ganzen Blätter schon da. Ja, ich kann das zum Beispiel dann zusammenstellen zu einer Präsentation und kann dann in der nächsten Unterrichtsstunde können direkt die Schülerergebnisse dann auch präsentiert werden. Also auch hier wieder Zeitersparnis, nicht bloß für Sie, sondern auch für die Schüler. Und die Daten sind einfach da. Das funktioniert. Das geht bei, soweit ich weiß, bei allen Cloud-Anbietern, welchen auch immer sie haben. Und das Ganze nennt sich Dateianfragen erstellen. Also ich erstelle eine Dateianfrage. Das schaut jetzt bei mir so aus. Hier QR-Codes war eben das Seminar. Und auch hier wird wieder so ein Link erstellt. Und diesen Link kann ich dann natürlich in ein QR-Code packen. So, also wieder zurück. Ich hoffe, Sie sehen jetzt die Präsentation und nicht den Präsentationsmodus. Eine andere Möglichkeit, und jetzt geht es komplett raus aus dem Klassenzimmer. Ich habe jetzt hier mal ein beispielhaftes Foto eines Lehrerzimmers genommen. Und wir sehen hier im Hintergrund die einzelnen Fächer der Lehrkräfte. Warum die Fächer der einzelnen Lehrkräfte nicht einfach mal mit QR-Codes versehen? Und hinter diesem QR-Code versteckt sich ein Ordner auf einem Online-Laufwerk Ihrer Wahl oder Cloud-Anbieter Ihrer Wahl. Und jetzt sind Sie zum Beispiel mal krank. Dann können Sie von zu Hause in diesen Ordner einfach Material für die Vertretungslehrer reinlegen. Und die Vertretungslehrerinnen und Lehrer gehen nur an ihr Fach, gehen kurz auf den QR-Code und sehen schon direkt, okay, gut, das sind einfach die passenden Sachen, die ich jetzt mit Klasse 2b in Deutsch oder in Kunst oder in Musik machen kann. Und da liegt einfach alles da. Ja, es erspart einfach auch hier wieder vielen, viel Aufwand, viel Stress, viel, gibt Ihnen einfach Zeitersparnis. So, wir sind schon, ja, ich bin schon knapp drüber. Also, deswegen ganz kurz hier auch nochmal, nochmal ein bisschen zur Zusammenfassung. Also, warum oder wofür kann ich QR-Codes verwenden? Ganz grundsätzlich, es bietet mir Zeitersparnis. Zeitersparnis in vielerlei Hinsicht. Zum einen auf Schülenseite, wenn ich jetzt eine Infantizeite zur Verfügung stellen möchte, das geht mit dem QR-Code nicht nur schneller, sondern auch zuverlässiger. Außer, Sie haben Schreibfeder in den Link reingepackt. Das heißt, Sie können zum Beispiel den QR-Code in groß über den Beamer oder digitale Tafel oder was auch immer, in groß auf die Tafel werfen, die Kinder fotografieren das Abkommen dahin, wo sie hinkommen sollen. Oder Sie packen es aufs Arbeitsblatt oder wohin auch immer. Sie haben hier ganz viele Möglichkeiten, um den Kindern auch Unterstützung zukommen zu lassen oder, ich sage mal, niederschwellig Unterstützung zukommen zu lassen. Das soll ja nicht dazu führen, dass man irgendwie meint, dass Lehrer überflüssig werden im Klassenzimmer, sondern dass ihre Hilfe, ihre individuelle Hilfe besser an den Punkt kommt, wo sie hin muss und die Hilfestellung, die jetzt, sage ich mal, eher mit einer erneuten Erklärung, einem Erklärfilm oder einer Webseite oder einem Text bedient werden kann, dass die über solche QR-Codes einfach zur Verfügung gestellt werden kann. Sie haben natürlich die Möglichkeit, darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen, auf kooperatives bzw. kollaboratives Arbeiten. Das ist jetzt, habe ich aus gutem Grund aber auch ein bisschen ausgeklammert, weil das in Deutschland aktuell ein bisschen schwierig ist. Ich weiß nicht, ob Sie es mitverfolgt haben, aber offiziell dürfen Sie an Schulen eigentlich keine Microsoft-Produkte einsetzen. Deswegen habe ich es mal rausgelassen. Man kann aber auch das Ganze zum Thema zur Selbstkontrolle einsetzen. Über zum Beispiel mal den Code.de, dass ich den Code selber ausmale oder das Ganze ist passwortgeschützt, wie bei t1p.de. Also hier habe ich viele Möglichkeiten. Ich kann Erklärfilme dahinter verstecken. Ich kann Arbeitsaufträge darüber verteilen. Arbeitsblätter kann ich darüber verteilen und, und, und. Ich kann auch hier wieder den QR-Code selbst als Lösung einsetzen. Ich kann Vertretungsstunden damit organisieren. Und eine ganz nette Möglichkeit ist, Sie können, wenn Sie eine Schülerbücherei haben, können Sie auf jedes Buch so einen kleinen QR-Code machen und dann kommt man zu einer kleinen Texteingabe. und dann kann man da eine Rezension drüber schreiben oder hinter dem QR-Code verbirgt sich schon eine Schüler-Webseite, auf der Sie Rezensionen zu den einzelnen Büchern hinterlegen. Also dann können die Kinder eben, wenn sie ein Buch ausgeliehen haben, das lesen, können eine Rezension drüber schreiben oder einen Aufsatz drüber schreiben und das hinter so einem QR-Code reinpacken. Und, 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 und. Also es gibt da noch ganz, ganz viel weiteres. Ich werde da auch auf dem Wakelet, auf das Sie Zugriff bekommen, werde ich auch noch im Laufe der Zeit auch noch mehr Möglichkeiten für QR-Codes einsetzen. Aber, warum sollte man QR-Codes einsetzen? Kommt natürlich immer darauf an, wie man arbeiten möchte. Aber wenn ich jetzt etwas digitaler einarbeiten möchte mit Websites und so weiter und so fort, dann sind QR-Codes auf jeden Fall eine tolle Sache, weil ich habe Fehlervermeidung drin. Die Zugänglichkeit ist wirklich sehr, sehr einfach. Also jedes Kind kann so einen QR-Code benutzen. Es fördert auch die Medienkompetenz im weitesten Sinne, denn auch hier, die Kinder müssen mit Medien umgehen in Bezug auf Unterricht. Also sie daddeln nicht dran rum, sondern es ist wirklich ein Lernmittel und ein Lehrmittel. Und das geht eben über den Punkt QR-Code. Also der ist eigentlich nur die kleine Eselsbrücke für die Kinder. Und es bietet natürlich auch Zeitersparnis für die Kinder. Es bietet aber vor allem Zeitersparnis für sie, die sie dann wesentlich besser einsetzen können. Wunderbar. So, zum Abschluss können Sie jetzt direkt abfotografieren oder die Internet-Adresse hier unten eingeben oder einfach auf das Skript warten, das ich Ihnen auch gleich noch zur Verfügung stelle. Hier kommen Sie zu dem Wakelet. Hier bekommen Sie Ihre Teilnahmebescheinigung und das Skript. Keine Sorge, das stelle ich auch gleich alles in den Chat rein. Und damit wäre ich jetzt für meinen Part fertig. Und damit bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich beende dann hiermit auch die Aufzeichnung.